Hallo, Freunde, ein neues Video. Heute ist die Geute des Haures, das Spiel dran. Wir schauen mal rein. Ich hoffe, es gibt kein Copyright. Aber eigentlich ist es meistens nicht so. Schauen wir mal rein. Let's go! Ja, wir wissen das schon. So, ich weiss gar nicht, ob ich schon mal darüber geredet habe. Aber das Spiel. Ist das jetzt ein Nickelodeon-Spiel oder nicht? Weiss es nicht mehr. Aber ich weiss einfach, für mich persönlich ist der Titel einfach so ein bisschen seltsam, weil, äh, steht ja ein Ding drauf. Die Autosaurus, aber warum beträgt sich das um diese vier Folgen? Das ist komisch. Nein, so weit! Ja! Ich merke, die Abo-Zahlen wechseln immer so ein bisschen. Nein! Bin ich jetzt eigentlich verklappt? Hey, bin ich jetzt eigentlich voll Bananen? Ja, ihr merkt schon, äh, geht ein bisschen viel zu in der letzten Zeit. Viel Videos! Nein! Bin ich jetzt eigentlich verknackt, oder was? Ja! Ja! Mal, äh, ja! Mal? Ja! Mal? Mal? Ich hab übermorgen am 13. Mal? 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 Sollte noch ein Infovideo kommen? Mal? 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 Ich kann nicht spielen! Ich hab kein, äh, kein Mario-Syndrom. dann auch will jetzt hätte ich auf so geht doch so nicht ich habe sie durch ich bin zu doof aber wisst ihr das eigentlich ich weiß nicht mehr, die was wissen, können wir reinschreiben nein und äh, ja aber eigentlich finde ich jetzt das blöde, dass es eigentlich geht um den Gigantosaurus und nicht um diese vier das sind eigentlich so benane dass man eigentlich so was macht la 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 die Baden ja das ist so gemacht wenn du in Baden gehst was ich auch mal noch will den Agenauer Gleitsfelsen zu äh, stimmt ich weiß ja nicht, wie ihr das jetzt seht, ich habe ein Gleitsfelszeug mitgekommen ja da ist man mehr merkt, dass er so, ja, kann ja nicht gut irgendwelche Lesbien noch zeigen also nehmen wir, glaube ich, hier rein, äh äh Ding sehen, glaube ich ich weiß ich weiß nicht, dass er so gut ist Ja, das ist geregnet, aber ich habe niemanden hier in der Zeit gereiht den Chop and Run. Let's face him. Von den. Und so. Er ist da der, weil er es mir vorweist, das ist der Verfressene. Hey. Ein bisschen mehr zum Spike. Scheiße. Ja. 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 Kein ihr Land ihrer Zeit? Ja. 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 Jetzt nicht mehr wissen, geht hier. Die Rübe meine ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Was soll das? Was war denn das für ein Geschiss? Was ist 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 das für ein Geschiss? Nein, komm 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 komm, ja brav. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Geronimo! Ein, ein zurückgebracht. Wupp, wupp. wenn er das war noch die trugen jetzt du konntest von hause ja 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 Ah, vorfoh. Ja! komisch lustig lustig wer ist wie die charaktere immer gebraucht werden wahl wahl schon wieder den kack und sie sind kirk naja ein paar minuten dann ja aber sonst ist eigentlich nur lustig aber ich denke mal so ich hab vor dem trotter das kennt ja ja schon war ein bisschen was gebraucht und auch den ich hab ja paar spiele schon mal gebraucht aber bei paw patrol da finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen doof ich hab das spiel ein bisschen doof weil ja das ab das koppel reit kram drehen da finde ich ein bisschen doof also du musst nicht es ist wie die korrekte ist als dinge das dort das koppel ein problem also wenn es natürlich als ding ist ist wenn wir zu lernen da haben wir uns mal was da hier auch wissen sie aufgebaut in der langen und rückzeit ja, ich kann doch nicht raus das sei das doch vielleicht ich hab einfach die Pflanzen einpflanzen musst und so vielleicht mehrere Pflanzen hier reinpflanzen musst hier stehen jetzt zehn stück hier 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 Ja. Hmm. Na, come on. Ja, es ist wieder Herbst, Winter, Zeit für Spiele. Ach, jetzt! Ja, wir haben mal was aus. Ja, wir haben mal was aus. Keine Ahnung. Ja, wir haben mal was aus. 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 Ja, ich muss noch ein bisschen jucken hier. Nein! Okay, geht auch so. Wir brauchen keine Rutsche. Also, ein Pferd haben wir jetzt schon mal. Ja, wir haben mal was aus. Wir haben uns das jetzt, was. Und dann haben wir das hier. Ja, wir haben ja auch das. Ja, wir haben ja auch das. Ja, wir haben ja auch das. Das war ja auch. Das war ja auch. alles alle am Schluss haben das so alle Pflanzen so wird es aber kann man eigentlich so wissen okay ich sage mal ja das war schon wieder mit diesem kleinen Video können wir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben wie ihr das ihr findet das Video hier wenn ihr die allgemein diese Spiele findet ich hoffe jetzt hat es nicht zu laut und ich hoffe euch hat es wieder gefallen wenn es euch gefallen hat lasst es bitte einen fetten Daumen nach oben da schreibt mir in die Kommentare wenn ihr das findet äh ja wenn ihr noch kein Abonnement bist bitte abonniere mich wenn du ein Abonnement bist aktiviert die Glocke um nichts weiteres zu verpassen folgt mir bitte auf Twitter Instagram und TikTok ist in meinem Titelbild über den Abonnere-Button der ist auch mein Zeigkanal für den Seminar 3P schalten wir dort bitte vorbei und schauen zu euch wie ich es gemacht habe und tschau Leute